Tochter Loredana erwartet das erste Kind. Außerdem ein Teddybär, der einen positiven Schwangerschaftstest und ein Ultraschallbild hält. Wir freuen uns so unglaublich, schrieb Sylvia Wollny zu ihrem Beitrag auf Instagram. Tochter Loredana erklärte zu ihrem Post, Mama freut sich auf dich. Großfamilie wächst weiter. In ihrer Instagram-Story verriet Loredana Wollny, dass der Vater des Kindes ihr Freund ist, der allerdings nicht in der Öffentlichkeit steht. Der Papa freut sich natürlich auch sehr. Er steht aber nicht in der Öffentlichkeit und das bleibt auch erst mal so, schrieb die 18-Jährige. Sylvia Wollny hat elf Kinder, die Familie wächst stetig, Anfang des Jahres wurde sie zuletzt Oma. Ihre Tochter Lavinia Wollny, 22, brachte ihr erstes Kind zur Welt. Zuvor wurden im Mai 2021 die Zwillinge ihrer Schwester Sarafina, 27, geboren. Die Großfamilie wurde ab 2011 durch die RTL 2-Serie Die Wollnys, eine schrecklich große Familie bekannt. Untertitelung im Auftrag des JDFs